Der Marianplatz Das Ewige sagte einer, das Bethanen wird besetzt Wird auch Zeit, sagte Mensch Meier, stand ja lange genug leer Ach wie schön wär doch das Leben, gäb es keine Polis mehr Doch der Einsatzleiter Bröte räumt den Marianplatz Damit meine Krippelgarde genug Platz zum Knüppeln hat Doch die Leute im besetzten Haus riefen Ihr kriegt uns hier nicht raus Das ist unser Haus Schmeiß doch endlich Schmidt und Chris und Mosch aus Kreuzberg raus Der Senator war stimmstauer, die CDU war schwer empört Dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind Sagten sie, wir räumen später, lass sie erstmal drin Und vier Monate später stand im Springers heißen Blatt Das Georg von Rauchhaus hat eine Donnenwerkstatt Und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen Wein Und zehn leere Flaschen können schnell zehn Mollis sein Doch die Leute im Rauchhaus riefen Ihr kriegt uns hier nicht raus Das ist unser Haus Schmeiß doch endlich Schmidt und Chris und Mosch aus Kreuzberg raus Letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn Der sagt, die wollen das Rauchhaus räumen Ich muss wohl wieder zu Hause wohnen Ist ja irre, sagt Mensch Meier Sind wir wieder einer mehr In unser Zweizimmer-Luxushohnung Und das Bethanien steht wieder leer Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf Die wohnen in den schärften Villen Unser eins im letzten Loch Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen Bin ich aber mit dabei Und zeig den ersten Bullen Die da auftauchen mal an Vögelein Und ich schreie es laut Ihr kriegt uns hier nicht raus Das ist unser Haus Schmeiß doch endlich Schmidt und Chris und Mosch aus Kreuzberg raus Und wir schreien es laut Ihr kriegt uns hier nicht raus Das ist unser Haus Schmeiß doch endlich Schmidt und Chris und Mosch aus Kreuzberg raus Schmeiß doch endlich mal an Vögelein Schmeiß doch endlich mal an Vögelein Schmeiß doch endlich mal an Vögelein